Kommen gerade Roboter rein. Hab ich gesehen, deiner? Ich sehe das auch gerade nicht. Weiß ich nicht. Wir sehen, wie ein Roboter da rein geschnüpft ist. Meine! Ja, meine auch. Lolle. Respertinen sind unnötig. So was wie plus 3 Stacke wärmer angebracht. Hier drin nicht. Hier. Dann fahrt mal rum. Verstehe nicht, was du immer 100 Jahre an den Teilen machst. Ich kann auch mal Sachen jetzt verkaufen. Ich hab viel dabei. Ich guck halt immer, was ist vielleicht doch besser. Was hat mir nicht so gefallen in der letzten Zeit. Alles klar. Ich kann eine Code-Kau bauen. Code-Kau? Das ist relativ trollig. Ich könnte jetzt, damit würde ich deine eigenen Ressourcen selbst auch mit wegziehen. Die wird halt aus allen Gruppenressourcen hergestellt. Ja, ähm, ich hab nichts geändert. Ich würd sagen, wir nehmen das Ding, oder? Auf geht's. Die erste Aufzugfahrt in diesem kommenden Spiel. Boah, geil. Boah. Boah. Oh, 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 alter. Alter. Alter, das fährt. Alter, das fährt runter. Nach wo? Malas. Aufzug. Miuu. Es ist der Drache, oder? Der Schwarze. Die Schwarze. Alter, das ist die DVD-Sammlung, oder? Kann sein Sonnenwaffe Ja, einfach her damit Fand ich diese Passcodes Mit denen kamen wir in dieses Lager Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude Hm, wir finden es raus Den Ball zurück Ich übrigens auch Okay Wir müssen Da hinten lang Hm Was haben wir denn hier so Aber das ist doch ganz ehrlich Das ist doch der Magen von Rainer Könnt schon sein Oder sein schwarzes Herz Welches niemals Hass empfinden Ja Komisch Also den Raketen Einfach mal nachladen Da ist irgendwie die Munition gedroppt Oh, cool Oh, das ist Die jetzt nachgeladen Ja Hallo, hier ist noch was Ja, ich bin doch gerade hier Na gut Das ist alles noch falsch Jetzt ist doch alles falsch Oh, wir sollen... Hä? Wir sollen Fahrstuhl fahren übrigens Fahrstuhl Also was mich interessiert Ob das hier geht Ne, hier kann man den ähm Bot nicht stauten Ne Habe ich schon probiert Okay Nehmen wir an Dieses dämliche Experiment Funktioniert Und Sie finden die Maschine Und dann Wissen Sie überhaupt Wie Sie sie abschalten sollen Naja Admiral Graves Erwähnt einen Codec Graves Hm Wieder falsches Spiel Ja, wir sollen ein paar Locks von Dr. Ferrano diskutieren Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung Abschlüsse wichtig Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu Sie wissen von diesem Scheiß genauso wie Sie Ach, Fachstuhl fahren Um einen Sensor herzustellen Finden wir auch die Maschine Und dann kümmern wir uns um diesen Codec Unfallbar Müssen mal Alle Fahrstuhlszenen zusammenschneiden Und gucken wie viel Folgen wir daraus bekommen Ey Das ist traurig Dass sie keine anderen Ideen haben Treppen, ne Treppen will da auch gehen Doch zu allen Codec Oh Was ist da? Was hat das denn? Ich glaube das waren ein paar Heder Die zum Alt-Schauerberg wollten Ich glaube Drache hat die Axt geschmissen Also vor allem Was sieht das hier aus? Was wollten die denn für einen Ritus hier vollziehen? Komische Leute Die wollten sich glaube ich Vor dem Bann schützen Die haben ihre Peak-Rad gewechselt Los Der Schauerberg wartet auf uns Ich habe übrigens noch was mit dem Platin mitgenommen Oh ja Ich bin ungeduldig Der Drache wieder Big time Ah Jetzt fangen schon die Hallos an Optionale Missionen Okay Könnte das Archäologenlager Machen wir Machen wir Da Wir müssen Hier lang Aber was ich ja mega gut finde Dieses System Dass man halt Getrennt Munition sammelt Dass man es nicht dem anderen wegnimmt Das ist ganz gut Haben Sie wirklich jemanden gesehen? Das ist der einzige Weg Den Sie genommen haben könnte Das waren wir doch auch schon Ja das sieht alles gleich aus Überall sind diese Fahrstücke Oder Drehtüren Es ist kein Die Gegend sieht alles gleich gezeichnet aus Jeder Scheiß sieht aus Wie der Vorherige Was ist denn mit dir? Sexschreiben bitte? Hallo Hallo Ich würde gerne Sexschreiben machen Nein Verriegelt Aber wir sollen hier rein Ja vielleicht geht das gleich auf Aber verriegelt Ja wenn der Sound vielleicht vorbei ist Ist verriegelt übrigens Aber hier geht es nicht Es geht gleich auf Das zeigt zur Tür Irgendwas Sie verriegelt Jetzt ist es offen Hä? Hä? Kommen Sie Kommen Sie Was hat das denn jetzt für einen Sinne geben? Das ist wieder ein Fahrstuhl Oh ein Fahrstuhl Mensch Noch nie Noch nie In diesem Spiel gesehen Was ist das hier für ein scheiß Ort? Ja das denke ich mir auch Das ist der Ort den wir bestimmt auch schon tausendmal gesehen haben Da ist noch ein Fahrstuhl geprägt Da sind wir auch lang Das ist doch traurig Das ist erbärmlich traurig Hier ist eine Bank Hier ist ein Zug Hä? Den dürfen wir bestimmt gleich benutzen Aber hier kann ich wieder Rüstung Anzug gucken Das ist doch ein Scheiß Ist das doch 58 Hab ich Reicht nicht EN Wandler Fehlt mir Immer EN Wandler Ja Okay EN Wandler Hab ich aus Was? Wir kommen Stase Packs Glaub ich Kann doch im Prinzip Stase Packs Kaufen Und dann Moment Oder mit was hoffe ich denn? Ah ne Okay Mit EN Wandler Kaufe ich die Ergibt Natürlich Logischerweise Sinn Gut Weiter Aufzug Ist das der Richtige? Ja Wenn man sich schon fragen muss Ob das der Richtige ist Weil hier so viele sind Gibt's Weißt du Wenn's Drei Aufzug Designs gäbe Ne Jetzt stecken wir auch noch fest In einem Fahrstuhl Warum ist trotzdem Das Gericht Dass wir runterfahren Siehst du gerade Diese komischen Effekte? Ja Okay gut Alter Krieg Ich krieg Gleich ne Epilepsie Was 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 meinst du damit? Ja Isaac Isaac Hier ist ein Hitler Hitler Hä? Geil Wo wirst du? Ja das Ding da Na ja Na ja Nicht ganz Was ist das denn hier? Wieso ist hier Weihnachtsdeko Aufgehangen? Happy Birthday Ne Happy Birthday Hä? Wir haben's nicht überstanden Happy Birthday To you Happy Birthday Lieber Rainer Ich erwarte Eigentlich Bei mir Afrikaner Wir haben kein Essen Weißt du was eigentlich Das einzige Korrekte Ja die einzig korrekte Belohnung Wäre die man nach dieser Quest Hier kriegen dürfte Eine Flasche Wasser Nee Ne Bacardi Und eine Special Flasche Smirnoff Alles klar Ich meine wenn der schon Geburtstagsfeier ist Haben die hier auch Irgendwo Nintendo rumstehen Nein Oh 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 Viele Afrikaner Alter der Afrikaner Komm jetzt zu nah Suchbot wartet an der Bank Nice Okay Die Afrikaner Haben wir wieder überstanden Alles klar Warum hast du mich verletzt Sag mir nicht Das ist Okay Ich würde schon sagen Oh Alter wir haben einfach zu OP Waffen Einfach jeder Gegner Ist instant gesnackt Vor allem eine kleine Waffe Ist nicht mal auf Damage gebaut Ich habe irgendwie zu viele Mad Packs Die großen Mets Oder Mets Beides Okay Wow Hilfe Afrikaner greift mich von hinten an Ich kann nicht schießen Wenn du davor stehst Oh mein Gott Hilfe Afrikaner Er will mich essen Alter Alter Ist doch alles Wow Von oben Von oben Von oben Das ist doch hier nicht mehr normal Die haben wir auch echt gut abgemeldet hier Ich will sagen da durch Ja Auch offenbar Geil Was will ich denn davon einsammeln Muni will ich einsammeln Somat Somat Noch mehr Somat Sucher Bots sind zurückgekehrt Hey Hey So Bekommt keinen Stase Packs mehr Wie der Albtraum Jede Nacht Die brauch ich So wie immer wenn du verschwindest Sei nicht zu streng mit mir Damara Ich bin beim Militär Da kommt sowas vor Ach ja Ich habe mit Commander Hartley gesprochen Und weißt du was er sagte Dass du beurlaubt wirst Getrollt Hey Wo willst du hin Schon wieder abhauen John John Clark Ich geh mal kurz an die Waffenbank Kennst du ja bei mir Mach das mal Ich bin schon lange wieder fertig Guck mir schon mal Okay diesmal ging es schnell Diesmal ging es schnell Okay Oh Wer hätte das gedacht Ein Lastenaufzug Ach komm Das ist echt traurig Hoch Runter Hoch Runter Hoch Und runter Und dann den nächsten Aufzug Ähm 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 Was ist das denn Ich bin grad Kann es sein Dass ich grad die Rakete geschossen hab Das ist ähm Alter Jetzt ist ja nicht scheiße Wieder einsammeln Gut Ja Nächstes Mal gucke ich Was für eine Waffe ich ausrüstet hab Unfassbar Wir sind hier falsch ne Also ich Du hast ihn schon Du hin bist Ja du bist falsch Ach Ja Ja Depp doch nicht einfach stehen Und Doch Kannst dich ja auch mal nützlich machen hier Hallo Hallo Achso Ich muss auf die Plattform So Pass auf welche Waffe du nimmst Ja Ich weiß nicht mal ob es wirklich das Halb war Du machst das Nein Jetzt nehm ich gerade die Waffe Was sind das Die sind auf jeden Fall stärker als Die anderen Die wir kennen Mhm Die haben auch leuchtende Augen Leuchtende Augen sind halt immer Und die sind schwarz Also Puh Das ist Vielleicht waren die im Knast Mit Dugorian Mhm Oder der schickt seinen Schlägertypen Jetzt schon vorbei Extra Das sieht nicht gut aus Ich hab's gesagt Ah Wo Ich komme Der wollte mich ficken Digga Was Ah ja Oh mein Gott Der Auffried Der Auffried Mein Gott Du bist von Napris angegriffen Oh Nimm dein Göttisch Wo Aua Aua Aaaa Der klärt er dann der Wand Okay Puh Hätten wir dann auch erledigt Oh das sieht wieder nach Rätsel aus Hier sind überall so Energiedinge Ach Nö Na So Ey Gedrollt Dann kommen wir mal hier rein Was hat das jetzt gebracht Weiß es nicht Ah hier rechts Die Tür Ach so Ah Ah Aber Moment Hier mal Aus Aus damit Aus damit Hä Wie konntest du durchgehen Ich hab die Tür geöffnet Ich hab's rausgezogen Ich hab die Tür einfach nur geöffnet Hier war irgendwo noch einer zum reintun Da Aber Schnell Musik ? Ja Boah In B B B B B B B B